Da habe ich gesagt, Tag, ich bin Christian Brückner. Die kennt mich nicht, aber sie ist gut. Und ja, so habe ich einfach angefangen, ungefähr so. Und auf diese Art und Weise habe ich das Synchronisieren wirklich noch gelernt, mit einem Take und nochmal einem Take und mal zwei Takes. Also das ist ein großes Casting, was Scorsese dann in die Hände, also der hat das entschieden und so war ich dann. Also für Taxidriver, um genau zu sein. Nach meiner Überzeugung übertrifft die Wirkung der Stimme noch die Wirkung des Bildes.